Die Salzburger AG ist ein starker Partner für viele Firmen im Bundesland. Besonders stark gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Gastronomie und der Hotellerie, schildert Vertriebsleiter Markus Wiethölzl auf der Messe alles für den Gast. Ja, als Green-Tech-Unternehmen ist es uns besonders wichtig, dass wir hier die richtigen Lösungen für die Energiewende anbieten können und das trifft natürlich auch auf die Gastronomie und die Hotellerie. Viele Gastronomie- und Hotelleriebetriebe haben bereits die Partnerschaft mit der Salzburger AG genutzt, wie zum Beispiel das Hotel Cape Solem in Rauris. Selbstverständlich auch unsere Tiefgarage, da haben wir natürlich ausreichend Platz für die Ladestationen gelassen, auch zum Nachrüsten. Der Punkt ist natürlich der, die Gesellschaft wandelt sehr ein bisschen und wir als Richter müssen darauf schauen, dass wir ja zukünftig da überhaupt nicht sind. Die Salzburger AG liefert dabei nicht einfach nur Geräte, sondern bietet quasi ein Rundum-Sorglos-Paket. Ja, wir bieten Gesamtlösungen im Bereich der Energie und der Telekommunikation, so dass sich dann unsere Kundinnen und Kunden total auf ihr eigenes Business konzentrieren können. Das geht jetzt von der Anlagendimension über die Lösungen bis hin zum Support und der Abrechnung dieser ganzen Einrichtungen. Alle Infos zu den Paketen und dem direkten Kontakt finden Sie auf www.salzburg-ag.at hautk.at